morgen meine leute und ein herzliches willkommen bei einer neuen aufnahme heute ist aber jemand anderes noch dabei der liebe herr krawall max heute bin ich nicht auf durchrassen oder sonst irgendwo heute bin ich auf einen privaten server wo ich auch kein nix habe ja ich wollte ihn euch mal ein bisschen zeigen keine einbahnstraße gut naja sieht man keine einbahnstraße führt ins loch führt in den blanken tod ja gut hier ist die straße ach so man sieht hier ist die baustelle naja gut baut hier muss immer mal krank machen wo geht es hier in der u-bahn okay hier gibt es sogar eine u-bahn leute tschussi tschussi naja geplant ist noch nicht über umgesetzt naja man sieht man sieht schon ist die lore kaputt wiedersehen da bin ich wieder weg ich komme nachher hingeflogen ich komme nachher hingeflogen naja gut ob ich super bin das werden wir dann sehen naja gucken wo ich hier rauskomme ja gut ich würde das haus hinnehmen naja gut dann ab heute wohne ich da drin hier gibt es doch nicht mal eine tür wie soll man denn da reinkommen achso so eine kleine tür ok und hier wird 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 gespielt naja aber die server ip werde ich jetzt noch nicht verraten solange wie der server noch nicht online offiziell ist ok wie kommt man nicht in der zweiten etage alles aus gefällt mir ja wie eine treppe nach oben wäre auch nicht schlecht achso die treppe führt in nix naja kann man ja alles machen naja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Boah, das Ding da hinten, was noch nicht fertig ist. Warum kann ich hier nicht bauen? Aha, das hat ich gleich mal eine Runde mitgebaut. Aha. Okay. Okay. Ein Ausweis. Wo ist meiner? Wo ist meiner? Okay. 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 Vielen Dank. 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 Ja, das hast du wirklich. Deswegen ja. Vielen Dank. Hausverkauf 10.000. Bitte dich bei uns im Rathaus Support. Aha. Wann sind die Häuser günstig? Ich bin die 10.000. Ich bin die 10.000. Ich bin die 10.000. Aber das ist mal eine andere Sache. Falls ihr aber auch gute Plugins kennt, die er vielleicht mit draufziehen könnte, könnt ihr das gerne in die Kommentare in die Kommentare in die Kommentare und das ist immer das wichtigste. oder über die Kommentare, oder über die Kommentare, oder über die Kommentare natürlich. Ich bin die 10.000. Ich bin die 10.000. Ich bin die 10.000. und ich bin die 10.000. Und ich bin die 10.000. Und für was ist der komische Bunker hier drunter, wo man nicht reinkommt? Ja, welche Wand sind sonst? 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 Ja, aber eine kleine Stadt ist das schon geworden. Oder ein kleines Dorf eher. Aber da ich ja keine Rechte habe zum Bauen, kann ich ja nicht mithelfen beim Bauen. Leider. Ja. Ja, bauteam will ich ja nicht werden, ich will bloß ein bisschen aus Langeweile grad mitbauen. Ich habe ja grad nämlich nichts zu tun. Ja, TeamSpeak ist es ja nicht, ich komme direkt nicht mehr auf den Server drauf. Ich weiß auch nicht warum. Das ist das Problem. Ich bin ja grad auf meinem TeamSpeak. Ich bin ja grad auf meinem eigenen TeamSpeak. Ja. Die Nummer gibt's nicht. Ja. 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 Wo geht doch immer einer ran, muss ich sagen. Ja, mit Wörter wirst du doch selber, dass ich damit noch umgehen kann, aber... Ja, Problem ist halt, dass ich seit Jahren nicht mehr mit Wörterlead gearbeitet habe. Ob ich mir jetzt damit noch gut auskenne, keine Ahnung. Muss ich selber gucken. Ja. Ne, ne, war ein Scherz. Ne, ne. Bo. Bo. Vielen Dank. Vielen Dank. Also die Stelzen von den Brücken heutzutage nicht eigentlich gleich breit oder gleich in die gleiche Höhe. Aber eigentlich müsste die ja hier sein. Ah ja, naja gut. Jetzt geht es ja nur um die Statik. Nein, ich sage es ja nur, die Statik. Ah ja. Ja, klar. Ja, ja. Boah, macht ja nix. Das macht ja nix. Deswegen ja. Und kannst du. Ob sie das Video sieht, weiß ich nicht. Na klar. Na ja, gut. Ich habe leider meine Oma nicht mehr, also von daher. Na klar. Na ja. Du hast einen Block vergessen. Hier sind noch ein paar Blöcke. Aha. Ja ja, Serverbau macht mir eigentlich schon am meisten Spaß. Ich habe einen Schluck trinken. Ich habe doch schon. Ich sehe alles, weißt du doch. Deswegen. Nee, so schnell sehe ich auch nie alles. Genau. Aber bald kommt ein GTA Stream wieder, wenn ich auf London Line reinkomme. Ansonsten habe ich meinen GTA Stream halt im Story Mode überlegt. Mods habe ich schon oben. Aber noch nicht aktiviert. Ja, aber sind halt noch nicht aktiviert, die ganzen Mods, die ich für GTA habe. Das ist nämlich mein nächster Plan, dass ich für GTA Story Mode mal einen Stream mache. Dass ich ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden mal mache. Ja. Ansonsten wird ein Stream, wenn ich wieder in GTA Online reinkomme, wieder. Machen. Aber hiermit würde ich einmal die Folge beenden. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Also einen angenehmen Mittwoch. Und wir würden uns dann beim nächsten Mal den GTA Stream anschauen oder machen. Bei der nächsten Folge kommentieren und ein Like da lassen. Würde mich freuen. Genau. Die Plugins sind das Wichtigste. Falls ihr wirklich welche habt, mit denen er arbeiten könnte, könnt ihr gerne was reinschreiben. Über solche Kommentare sind wir sehr dankbar. Obwohl ich noch nicht hier bauen darf. Na ja. Ich muss mir danach um was anderes aber noch kümmern. Okay. Damit beende ich erstmal die Folge und ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch. Bye, bye.